Es tut mir leid, fällt es gleich leid. So, einer, einer, so. Keine Ausdruck. Ah, toll. Was man nicht alles macht, um schicke wohnen zu können. So, zack. Das ist mir das noch. So. Nie ist er. Nie ist er. Ein Bäumlein im Ehren kann niemand erwehren. Also, das war mal Bäumlein. Leider geht's. Ich wäre fast so doll sogar, dass ich, dass ich noch ein Tor reinmache irgendwo, damit wir von da aus besser rankommen. Allerdings, ich glaube, das Tor können wir so nicht wegmachen und nachher sieht's kacke aus. Wir machen schon überall so viele Tore. Drei, stimmt. Ich würde sagen, wieso so viel wir haben zwei, aber es ist nur drei. So, noch. Zick, zick, zick. Zick, 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 zick. Wenn Virginia wenigstens helfen würde, ne? Anstatt die ganze Zeit in den Rund zu gucken. Ich bin so okay, manchmal kreifte es ein paar Leute, aber es sind ja nicht ständig Leute da. So. Where are you? draußen die wohnung holzen habe ein geschenk das neues müssen auch noch machen dass die machen sozusagen zwei reihen einmal für boden und einfach oben selbst mit ganz wie jetzt gemacht und so und mit alles was ich noch habe nicht los sein wird nicht geschmurt danke schön jetzt heißt die überraschung wieder mal kaputt gemacht habe ich nicht obwohl das wieder gekauft dann geschützt wird natürlich eine rüstung hast du keine ich hatte gesagt ich habe einmal die stadt eingesetzt nehmen wir brauchen die restlichen sachen aber nicht und sagt dank und fertig dank und fertig die münzen bei die für mich es ist ein bisschen bei der wohn Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn die Wände oder oben. Ich vermisse echt diesen Stammtransporter, dass du da was drauflegen kannst und den du mitnehmen kannst. Das hat echt so viel vereinfacht, besonders in den Wegen. Die Seilrutsche ist wahrscheinlich sogar effektiver, aber dafür musst du immer eine Stelle haben, wo du alles ranbacken kannst. Ja, stimmt. So. 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 Gut. Ich glaube, wir können vielleicht sogar schon ein, zwei Regale reinstellen. Okay. Was? Du weißt gar nicht, was hab ich gesehen. Du weißt gar nicht. Du weißt gar nicht? Jhin. Hä? Jhin. Wär auch besser bekannt als alias Babe, äh, Puppe, äh, Hase, äh, äh, äh. Du bist der Hase. Ich weiß. Äh, nein. Soll ich dir ein echtes Hase zeigen? Ja bitte. Sag dich genauso flaschen. Forchie. Didi die. Ich geb das hier. Ich geb das hier. Ich geb das hier. Ich geb das hier. Ich geb das hier, nicht hoch. Woll ich Sanity Pillen gefruchtet haben. wo ist einmal getroffen oder ist nicht weiß gelaufen und dann habe ich seine typen genommen und irgendwie geht das nicht ja so ein bisschen nach man kann ich nicht dass er hier back ist So, fertig. Ähm, man kann tatsächlich wegen deinen Baumplattformen, ne? Man kann dann beim Nachbarbaum auch noch was ranpacken, dass sich das dann verbindet. Ich habe eine Plattform leider zu hoch gebaut. Kannst du nicht den tiefe Baum einfach? Oh, ich habe die doch schon zu hoch gebaut. Nicht mal beim anderen Baumrand. Kann ich noch. Oh, wir sind ja, alter, verzieh dich doch. Ey, nur Joke, du bist lieb und alles und dies und das, aber wenn du mir die ganze Zeit ab den Arsch hängst, geht mir das im Sack. Ja, aber dann erst du nachher so wie Calvin. Fangen wir so an? Ja? Fangen wir wirklich wieder so an? Nein, 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 nein. Fangen wir wirklich wieder so an? Nein, was was denn? Ist doch alles gut. Ich vermisse ihn fast gar nicht. Hm, deswegen schwemmst du auch die ganze Zeit. Schwer. Ja, gar nicht vermisst. Ich habe vor kurzem die Urlaub zu werden mit mir im Campen mal hier durchguckt. Hast du dich vermisst? Ich habe die Ordnung nicht so gut zu sagen. Und siehst du was mit dem Urlaub? Bitte? Bitte? Didi! Oh, kurz schlafen? Kann ich noch zwei mal hinpacken und dann bin ich schlafen. da kann es ja schon kommen ich hoffe dass die monster weg sind normal unmenschlich so gut hier können regale nachher die auch so sein sie können das regale auf der seite halt nur eine etage weiter höhere ich habe noch zwei verrottete fische und das ist ja mal so bei mir gerade ich möchte sich so der beste gerade nur auf so klumpenweise ich friere noch ich hab mal bock auf fisch heute aber lol trinken kann ich trotzdem nicht okay so aber ich sehe füße schon dass er wieder vorbei ist so erledigt da am feld immer eins damit hat das den seilbote gehört schlau irgendwie ab und zu fällen kann ich das ist ja auch glaube ich immer noch so ein bisschen buggy ich glaube ist es gibt halt nichts das hier so richtig hundertprozentig funktioniert hast du die bombenstimmen die hier an der seite lang auch alle reingemacht ja ja das ist ok t street e national es Zeiten Regal schon mal reinzupacken das können wir glaube ich bitte lecker nicht von mir was willst du ich glaube ich bin begraut ein bisschen aufmerksam grenzbedürftig bei mir oder ja ich weiß nicht ich bin nicht so ungesendlich ich habe vor ihren augen kämpfen getötet trotzdem machte ich muss an ihr das sind diese kennst du bist ja im youtube gehen und so voll drin kennst du diesen einen kleinen typen dieser eine wusste die halt so ein meter groß ist nicht mal der aussieht wie ein baby genau genau wegen der aktion die er machte der katze gemacht hat wo sie auch nicht und dann kam er zum beispiel wieder ausrede dass die jetzt nur darauf hacken weil er nicht gemocht wird allerdings wie ich glaube dass unser video wie er schon meinte normalerweise hätten die schon viel früher was sagen sollen haben es aber nicht gerade weil er gemacht wurde ja das hätte nicht nur das gemacht sondern vieles andere die deswegen über viele sachen weg gesehen haben das ist trotzdem erwachsener mann weiß was er falsch macht also in keinerlei in keiner weise denn und denn trotzdem noch umholen das ist eine richtig schicke würde bei uns werden gesundheit auch von saroni dankeschön das ist dann schon dazu gekommen zu schreiben oder zu zeichnen schreiben oder sind sie gespannt einfach auf die rückkehr von ach wenn wir jetzt auf der winter ist weg wir von liegen auch von stellen danke guck mal bei mir die bombstämme gerade antritt also im wasser ach ja oder da wie er drauf zu bauen ist obwohl jetzt kein paar tricks ich glaube die bombstämme warum rennt sie da hinten hin entschuldigung die treiben auf dem wasser obwohl bei mir gerade kein wasser ist da haben wir noch eis das ist doch wie mit wo du von der höhle reingegangen bist und einfach mal eine schwerkraft ausgesetzt hast ne die schwerkraft hat einfach alles nach unten gezogen auf einmal schwerkraft auf einmal im wasser so komplett alles nach unten stimmt da da ist noch ein baumstamm dazwischen ich will die haben ich will die haben ich will die haben ich will die haben ich würde gerne sagen machen wir wenn wir tauferrüstung haben aber ich glaube so lange existieren die nicht äh äh no 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 die hat hä 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 jetzt äh neusike eigentlich ist fertig komm 11 Wir haben drei Regale. Ich will einfach nur ganz kurz gucken, wie wir das mit diesen Wandregalen machen könnten. Ob wir da eigentlich mehr Platz hätten. Mit dem hier. Wandregal. Das war ja weniger. Wandregal. Wandregal. Ah doch. Tatsächlich. Wandregal. Vier. Hät ihr ein normales Regal mit drei oder Wandregal? Ich hab mir einen Schicker. Ich ne nachdem, sag doch mal aus, was dir sozusagen mir gefällt. So. Können wir das so machen? Sieht wenigstens gerade aus. Ja komm mal. Kann man machen. So. Dann wenigstens ein bisschen mehr Platz. Das muss ja auch noch einmal einsortiert werden. Dann müssen wir noch mit du mit C oder ich mit Plus machen. so. 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 Hier unten anfangen wir an. Nee nee, ich fang unten an. Ich hab überall unten angefangen. Dann fang ich hier auch unten an. So. 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 Sagen wir Witz was. Okay. Wenn der Winter ist noch vorbei. Ja auch mit deinem Schneeengel. Jetzt macht dann Grasengel. Oh, er ist so süß. er macht übrigens yoga Vielen Dank.